Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Killer-Line. Mini Golf Challenge! Mit dem Pyramid Heaven. Ich hab schon überlegt, wo sie hingerannt ist. Nein! Nö, das ist Maisfeld. Und zappen! Mal sehen, dass die Taschenlamm angerannt kommt. Ein Error! Und hopp! Ein Error! Ein Error! Pänt? No! Das war's für heute. oh nein oh nein oh nein Oh, das gibt's doch nicht. Okay, die Jagd dauert zu lange, das heißt, ich verliere die Runde. Endlich! Ah, was ist das? Ist das hier gewesen? Irgendjemand verzerren muss. Na gut. Na gut. Gut. Geh. 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 Wut? Geile Verzerrung mit? Na ja, gut. Dann hieß es so. Das ist doch gar nicht schlimm. Du nicht. Und du auch nicht. Na gut, dann doch. Ist okay. Schade. Aber ist okay. Mühen wir das halt nochmal machen. Alles klar. Na ja, gut. Es nützt halt nichts. Musik nochmal ran. Achja, von mir aus. Ich bin da völlig gechillt. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen rastlichen Tag. Und ich freue mich natürlich auf die nächste Folge von Deftify Daylight. Keine Lein. Bis dahin. Ciao.